Wir haben es selbst in der Hand. Allein mit der Auswahl der Themen, mit denen wir uns beschäftigen, beeinflussen wir unser Glücksgefühl. Wenn wir uns bereits am Frühstückstisch in der Zeitung über das Elend in der Welt informieren und tagsüber vom Gejammer der Kollegen anstecken lassen und uns die Abendmachrichten im Fernsehen erneut bestätigen, wie grauenvoll die Welt ist, werden wir es schwer haben, Glück zu empfinden. Aber passieren nicht täglich unendlich viele schöne Dinge auf dieser Welt?